Herzlich willkommen beim Autohaus Bunk. Mein Name ist Jana und ich präsentiere euch heute die Kleinwagen von Hyundai, unserer neuen Marke. Neben mir steht der Hyundai i10 und der Hyundai i20. Zwei fantastische Fahrzeuge, die nicht nur in der Stadt überzeugen, aber seht selbst. Widmen wir uns zuerst dem Hyundai i10. Mit nur 3,67 Meter Außenlänge passt er in fast jede Parklücke. Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet er noch 252 Liter Kofferraumvolumen und hat somit auch Platz für einen größeren Wocheneinkauf. Der Hyundai i20 ist eine Nummer größer und spielt in einer Liga mit dem Ford Fiesta. Den Kleinwagen gibt es neben den Ausstattungslinien Select, Trend und Prime auch in einer sportlichen N-Variante. Im Innenraum überzeugt der Hyundai i10 mit einem 8 Zoll Farbtouchscreen serienmäßig. Auch die Klimaanlage ist in der nur 15.990 Euro teuren Basisausstattung bereits enthalten. Gegen Aufpreis gibt es neben einem Lederlenkrad und LED-Scheinwerfern auch 16 Zoll Leichtmetallfelgen und eine Klimaautomatik. Beim i20 sind es der etwas gehobenere Komfort und die Assistenzsysteme, die ihn auszeichnen. Automatisch bremsen oder in der Spur bleiben beherrscht der i20 genauso wie angenehme Extras. Die Sitzheizung hinten oder ein Bose-Soundsystem sind da nur Beispiele. Wer ein kompaktes Fahrzeug für die Stadt und den Alltag im Allgemeinen benötigt, ist mit dem Hyundai i10 und dem Hyundai i20 gut beraten. Der i10 ist aktuell eines der günstigsten Modelle, die wir anbieten. Der i20 ist zwar auf dem Papier ein Kleinwagen, kann aber durchaus mit größeren Modellen mithalten. Insbesondere in puncto Ausstattung, Motorisierung und Komfort. Für welches Auto entscheidest du dich? Diese Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen, aber wir vom Autohaus Bunk finden gemeinsam das richtige Fahrzeug für euch. Mit Hyundai ergänzen wir unser bekanntes Ford-Portfolio um spannende Alternativen. Also kommt bei uns vorbei und schaut euch diese beiden Flitzer hier an. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!